Hallo und herzlich willkommen zum nächsten PPL Spieltag. Heute geht es gegen Felix. Also ich weiß nicht, ob ich seinen Namen verwenden darf, aber er heißt Bot Felix. Von daher ist das wohl keine große Sache, dass das bekannt ist. Ja, wir sind heute drauf aus, den dritten Sieg zu holen oder er sich seinen ersten. Von daher werden wir sehen, wie das Ganze dann ausgeht. Wir haben heute dabei ein Terrakium, das das Muskelband trägt. Ein Cradilly, was komplett physisch defensiv ist, um Rabigator etwas zu handeln. Äh, wow, Alter. Hm, nichts, die ganze Zeit nichts. Einmal nimmt man auf, egal. Was das Rabigator so ein bisschen checken soll. Ähm, und das, ähm, ja doch, das Rabigator. Hm, dann ein Fermicula, was einfach nur sehr guten Damage gegen alles drückt. Ja doch, gegen allem eigentlich. Ich habe diesmal eine White Lance drauf, um etwas vorzubeugen. Und zwar, ähm, die Misses, genau. Ein Boreos T mit Z, Hurricane. Ein Assault, das einfach, das Glurak, ähm, X. Ach, Quatsch, Alter, was glaube ich hier? Boreos T mit, das einfach ein Pokémon damit töten soll. Weil das ist ein richtiger Switch und dafür hat er nicht. Ähm, aus der Magnetzone. Ähm, dann haben wir noch ein Raichu, was Assault-Tested ist. Falte das, ähm, Dings mitnehmen, das Magnetzone. Ist dabei. Predict schon mal aufgelangen. Yay. Dann ein Don Fan, das Tarnscheine legen soll. Und vier Tags, ne, es ist, ist 4 Attacks. Genau, 4 Attacks und keine Tarnscheine. Ich würde sagen, wir gehen instant in den Kampf rein. Er liet ihn mit seinem Krokodile, das habe ich mir eigentlich schon gedacht, weil Tarnscheine sind gegen mich gar nicht so eine schlechte Idee, auf jeden Fall um einen Regenerator so ein bisschen zu brechen. Deshalb liet ich hier mit Vermicula und ich dachte mir schon, dass er rausgeht. Ich wollte eigentlich erst auf Steinhagel drücken, habe ich dann aber doch für den Iron Head entschieden. Und er macht immer noch 25%, wo ich sage, okay, das ist noch guter Schaden, den Druid macht bei Minus 1. Und mein zweiter bin ich, glaube ich, bei einem normalen Attack. Und mein einziger Wechsel wirklich in dieses Glorak Y ist meine Soul Twisted Raichu. Yay. Cool. Aber auch nicht sehr lange. Ähm, ich habe gedacht, okay, ähm, ich kann dann irgendwo einfach World switchen. Aber er doublet hier in Hitmon Top und drückt Erdbeben, weil er hat wahrscheinlich meinen Wechsel in Terrakium predicted. Und ich dachte mir, okay, ähm, wenn er jetzt irgendwie Scarf, Bandit, irgendwie sowas ist, dann würde er jetzt rausgehen. Das bedeutet, du kutzt Donphan rein. Zudem macht das Ding nicht so viel gegen Donphan, das Capoeira im Allgemeinen. Und es kommt das Kruko daher und ich dachte mir, okay, in Abschlag kann ich einfach wirklich nichts reinwechseln. Also bleibst du einfach drin und drückst Knuddler. Und der Knuddler macht auch ganz gut Damage. Und ich kriege sogar einen Attack Drop. Und dachte mir, hm, okay, jetzt wird er nicht mehr drin bleiben, du gehst mal raus. Ich, du bleibst nicht mit Donphan drin. Er geht in Tabubulu und ich war so, okay, das ist nicht schlecht, denn mein, ähm, Terrakion hat ja eigentlich sehr gutes Matchup dagegen, weil ich den Poison Chap habe. Aber das Problem ist, ich bin nicht Scarf und wenn das Ding Scarf ist, habe ich auf jeden Fall ein dickes Problem am Laufen, sage ich jetzt mal so. Hier kommt der Horn Leach und ich habe in dem Moment was gekalkt. Und ich habe den Kritten nicht bemerkt. Ich dachte mir, oh, was zum Geier ist hier passiert gerade. Das ist genauso mit dem Rabigato. Ich habe mit dem Kalk das Item vergessen, deshalb dachte ich, er wäre Band Rabigato. Aber gut. Er geht in die Magnetzone. Ich habe diesen Rockslide gedrückt. Das hat er sehr schön gemacht, dass er jetzt hier sozusagen das ausnutzt. Und ich dachte mir, okay, Magnetfalle, Superpower drauf. Er drückt hier Flashkennen, weil er, glaube ich, meinen Wechsel erwartet. Und ich dachte mir so, what, er ist schneller? Okay, du brauchst keine Angst mehr vor Scarf Bulu zu haben. Ist nicht schlecht. Superpower Mist, das ist wiederum schlecht. Weil dann wäre das Ding in einer angenehmen Range gewesen. Und dann dachte ich, ich wechsle es einfach mal raus. Und ich sehe, habe dann bemerkt, das Ding hat gar keine Magnetfalle. Das ist mir erst aufgefallen. Ich habe gedacht, du spielst es damit. Und er hat mich jetzt getrappt. Dachte mir, ja gut, der Player war nicht schlecht gedacht. Aber er hat keine Magnetfalle. Ich dachte mir so, okay, egal. Er kann jetzt hier in den Raichu gehen. Und ich habe mir jetzt mal erlaubt, seinen Rabigato zu predikten. Weil ich dachte eigentlich, dass Rabigato so wirklich mit der beste Switch in den Raichu wäre. Weil dem Ding könnte ich mit dem Donnerblitz noch ganz gut Damage machen. Sogar mit Live-Up. Ich habe mich dann hier entschieden, okay, Voidwechsel. Er kann nicht Scarf sein, Voidwechsel. Damit habe ich kein Problem. Und er geht in die Magnetzone. Und das habe ich mir nicht so ganz verstanden. Und dachte mir, okay, ja, du gehst jetzt in Donphan. Donphan tankt alles. Also HPIs habe ich nicht mit gerechnet. Er ist in Fire. Ja, Flash, gehen, tanke ich. Kein Problem. Erdbeben, tschüss. Ja, und somit hat Donphan den ersten Killen im Match. Ich dachte mir, ja, nicht schlecht, dass das Ding weg ist. Das ist echt nicht schlecht. Ja, sonst Scarf, Magnetzone macht mehr, als man denkt. Hier drücke ich einfach nochmal Eyeshot, um so viel Damage möglich rauszuhauen, um das Tapu Bulu irgendwie zu pressern. Er prediktet hier wahrscheinlich meinen Wechsel in meinen Boreos-T. Klar, aber Donphan wollte ich jetzt nicht mehr unbedingt behalten. Aber, ja, hätte man machen können. Aber KD spielen ist nicht so mein Ding. Geht jetzt hin zu Natives und dachte mir, ja, Z, Hurricane, Truff, einstirbt jetzt auf irgendwas. Und ich gehe mit Gold und dachte mir so, ja, gut, das Tank ist evoluted 60%, 70%, 50%. Und in dem Moment dachte ich mir so, ach, du Schande. Hier nutze ich die Gelegenheit gleich und gegen Kötili. Ist sofort. Ich drücke gar nicht Estu-Turn, weil er wird drinbleiben und wird Bruce drücken, auf jeden Fall. Und ich habe die Gelegenheit hier jetzt genutzt und dachte mir, ja, jetzt kommen wir an die Tarnsteinchen. Denn die Tarnsteinchen sind, gut, die Tarnsteinchen sind sehr, sehr schön. Auf jeden Fall noch gegen das Glurak. Und gegen das X-Bud, lasse ich es auch nicht verwerfen. So, drücke jetzt hier einmal die Tarnsteine. Und dachte mir, ja, ich bin voll physisch defensiv, das Ding kann mich nicht töten. Auf keinen Fall. Nicht in einer Million Jahre, ja, denkst du. Und ich dachte mir so, hä? Also ich bin bis jetzt im Kalk noch nicht auf den Damage gekommen, den er mir gemacht hat. Selbst für Bandit Element Full Attack hätte er mir maximal 70 hätte ziehen sollen. Grassy Terrain war drin, keine Ahnung. Mich gibt es hier meinen Tornadus, weil ich sozusagen ein bisschen den Bait auf Golbert wollte, weil Golbert fängt Tornadus halt komplett ab. Deshalb dachte ich mir, ja, okay, den Bait nimmst du. Eigentlich hätte ich jetzt an dem Punkt in Raichu gehen sollen. Aber ich dachte mir, nee, Durant ist noch ein bisschen sicherer. Erstens, du drückst erstmal Rock Slide und guckst, was reinkommt. Aber egal, was reinkommt, das kriegt nochmal akzeptablen Damage. Und auch, wenn der Intimidate von dem Hitman Top kommt, Rock Slide 14%. Resistet ist klar. Ich dachte mir, ja, okay, ich brauche Durant in dem Kampf nicht mehr. Von daher drückst du einfach Iron Head und, ja, drückst Schaden. Und ich kriege gerade den Flinch und dachte mir so, uh, der Flinch, der hilft mir gerade wirklich. Weil es nicht unbedingt notwendig dafür. Also der Flinch war jetzt nicht so schön für ihn, aber es ist halt gekommen. Das ist mein Mist, voll mit Superpower. Gleich das wieder aus, würde ich sagen. Ähm, er tötet mich hier, kriegt keinen zweiten Flinch. Ist auch gut so, weil sonst wäre das echt ins nicht so schöne gelaufen. Kann jetzt hier in Raichu gehen und ich kann mit Raichu sagen, Signal Beam. Er drückt hier nochmal Bullet, um es so viel wie möglich Schaden zu drücken. Ich meine, ich hätte eh nichts mehr getankt von dem Bulu und von den Rabigato. Von daher, pff, egal. Hier auf Signal Beam, falls er sich entscheidet, in Bulu oder Rabigato zu gehen, aus Gründen. Warum er hier in Golbat geht, frag mich nicht. Er hätte noch sehr gute Chancen auf das Match gehabt. Weil ich hätte potenziell auch noch verlieren können. Aber dadurch, dass er hier sein Golbat weggehauen hat, weil ich hätte das Golbat noch sehr schwer wegbekommen. Verstehe ich das nicht so ganz. Jetzt geht er hier in Glorak und ich dachte mir, was, warum? Raichu ist schneller. Ich drücke einfach Volt Wechsel. Und tötet das Cherry Sard damit. Ich weiß nicht, ob ihr die Sonne haben wollt, aber die Sonne macht jetzt nicht so viel. Und kann jetzt in Teraki umgehen und sagen, ich habe gewonnen. Weil, ja, ich weiß, dass seine Viecher nicht Scarf sein können. Ich outspeede beide zu 100%. Ich habe den Poison Chap auf meinem Teraki. Ich kann dieses Bulu mit einem Heap töten. Und, ja, wenn ich jetzt sage, dass ich den Kampf 3 zu 0 gewinne, dürfte das kein Geheimnis sein. Weil das Kukutai kommt rein, kann nichts gescaft sein. Und wenn es gescaft ist, kann es sich mit Erdbeben zertöten, aber dann kann ich in Phan durchgehen. Also, den Kampf hatte ich dann an der Stelle zu 100% gewonnen. Und, ja, ähm, hm, hätte er sein Goldbart an der Stelle nicht einfach reingeworfen gegen meinen Raichu, wäre es ganz schön knapp geworden, ja. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das habe ich null verstanden. Warum er da in sein... Vielleicht hat er gedacht, ich bin Scarf oder so. Klar, aber ich habe vorher revealed, dass ich nicht Scarf oder Gechoice bin. Von daher, ja, ist vielleicht etwas schwierig. Vielleicht hat er gesagt, ja, gut, Goldbart Opfer, ich brauche es nicht mehr. Aber gut. Ja, somit haben wir unseren dritten Sieg. Ne, unseren vierten, oder? Ne, wir haben unseren dritten Sieg. Wir haben unseren dritten Sieg. Ja, doch, dritter Sieg, genau. Ähm, immer an den geraden Spielen. Eins ist ein gerader Spieltag, ja, genau. Immer an solchen Spieltagen. Egal. Ich würde sagen, nehmen wir mit. Nächste Woche geht es gegen Alex. Ja, nee. Ich habe keine Lust auf das Match, bin ich mal ganz ehrlich. Also, wenn der Kampf hier oben ist, habe ich noch nicht gegen ihn gekämpft. Von daher, ja, das sage ich jetzt mal nicht zu meinem Match, aber es ist ein blöder Kampf für mich, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.